Oh moin, hier ist wieder eure Kröte und ich zeige euch in diesem Video wieder kurz und bündig die Fundorte der Sammelobjekte. Diesmal sind wir in der Mission unter bedecktem Himmel unterwegs. Das erste Sammelobjekt ist gleich hier bei unserem Landeplatz. Geradeaus durchgehen, nicht die erste Treppe nehmen, sondern hier bei der zweiten Treppe steht eine Kiste. Die hatte ich leider schon einmal eingesammelt, die hackt ihr und dann haben wir unser Sammelobjekt Nummer 1 gefunden und gehen auch schon fröhlich weiter. So, das zweite Sammelobjekt findet ihr hier in diesem Bereich, nachdem ihr mit Haask Hologramm gesprochen habt, wo ihr diese TIE Fighter Plattform erreichen sollt. Und wenn ihr hier diesen Ausgang nehmt, einmal Treppe links runter, haben wir das zweite Sammelobjekt gleich hier auf dieser Kiste. So, für das dritte Sammelobjekt gehen wir hier einmal runter. Ihr könnt auch die Treppe nehmen, wie ihr wollt und gehen hier in diese kleine Halle rein. Da haben wir das dritte Sammelobjekt dann gleich hier in der Ecke. Das vierte und letzte Sammelobjekt finden wir dann, indem wir hier einmal rausspazieren, hinten durch, gerade durch quasi. Und hier bei diesen TIE Fightern, oh, hier habe ich noch Gegner übrig gelassen, ist dann hier bei diesem halben TIE Fighter unser viertes Sammelobjekt. So, damit haben wir alle Sammelobjekte gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und mehr von mir sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!